Passt auf euch auf. Passt auf euch auf. Yes, yes. Okay, Freunde. Erste Runde. Hammer. Ist das geil. So. Flask. Feine Katze. Katze, Katze, Katze. So, wir sind Erster gleich beim Light. So, Dalu Vivi ist hier. Vielen Dank übrigens auch für den Werk Command. Okay, jetzt sind einige hier. Juli Baso, Dalu Card, Lomenti, also die ganze Mannschaft ist quasi hier. Kein Spiel Sound, doch. Oder? Doch, doch. Ich hab nur die Musik aus, ne? Weil die Musik ist die ganze Zeit so ein Geblubbel. Hm, weiß nicht. Findet ihr die Musik wichtig? Also mal zum Vergleich. Das ist halt die Musik, ne? Doch, ich hab Games Sound, doch. Er kann es nicht sagen. Nein, ich bin jemand, ich bin ein Bandmitglied, dem ich nur alles Gute gewünscht hab. Hallo, hört ihr mich jetzt? Hallo. Wir hören dich, hallo. Hallo. Hallo, wie da. Hat er schon was gesagt? Okay, ich hab Baso gevotet. Was? Ja, also Baso und ich haben Tim gefunden. Ich bin hier. Ah, moin. Ja. Ja, nee, Tim Horus. Ja. Und Tim Horus liegt unter der rechten Glasschiebetür. Und wir haben, wir haben sogar einen Ninja drin. Ja. Das ist der Wahnsinn. Oh. Oh, wollen wir das hören? Ninja. Ninja. Oder von mir auch so ein Ninja. 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 Ich spreche das immer sehr deutsch aus, alles. Ninja. Da haben wir so ein Blätter aus der Tasche gefallen. Ich wollte die noch aufheben. Ich dachte, das wäre bei den Omos im Biotobro. Genau, wir haben da die Blätter gesehen. Hat sich zu dir teleportiert? Nee, Dalu steht bei mir. Ich meine nicht, dass es nicht teleportiert. Also, pass auf. Also, wenn ihr könnt, der Nice Gesser kann ja. Der Bad Gesser ist auch okay, wenn das passiert. Also, folgende Sache so. Diese Blätter, die da auftauchen, die sind ja immer nur ein paar Sekunden da. Ja. Und da Basu auf der Leiche schon stand, als ich von oben runterkam, hat Basu eventuell mehr gesehen als ich. Ja, ich stand mit Baby-Julie an dieser einen Tast da auf dem Balkon ganz rechts. Du meinst, Hongkong? Ich weiß, Juli hat, glaube ich, den Tast gemacht. Hongkong schon wieder. Und ich bin dann nach links gelaufen und habe Tim umfallen sehen, also Tim Horus, und diese Blätter so wegfallen sehen. Und es war das erste Mal, dass ich so einen Ninja-Key gesehen habe. Deswegen war ich mir nicht ganz sicher. Also, ich habe nur Tim umfallen sehen und die Blätter so wegfallen sehen. Und der Wend unten ist aufgegangen. Ah, ja. Auf dem Balkon. Also, da hat jemand einfach dann danach gewendet. Das war auch definitiv nicht Lumenti. Lumenti hat sich nicht geportet gerade. Auf gar keinen Fall. Das stimmt. Ich habe nämlich Licht angehört. Auf gar keinen Fall. Ich brauche gleich eine Erklärung von dem Ninja. Also, das gibt es. Das mit dem Ninja würde ich auch gerne noch. Ich habe noch eine ganz wichtige Info. 10 Sekunden noch. Ganz wichtige Info noch. Hey, Skippen. Um ein Zeichen zu setzen, drücke ich hiermit jetzt zwei Votes rein. Das D neben Basu steht für Daddy. Aber nur heute. Danke für euch. Scharfer Sessel. Na, was bist du denn für eine Maschine? Freunde, ihr habt doch Game Sound, oder nicht? Ja, klar. Ich kann ja vor allem immer noch ein bisschen lauter machen. Aber die Musik finde ich halt irgendwie unnötig. Das ist immer nur so, äh, 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 so, so ein Blubbeln, weißt du? Weil wir brauchen das hin. Das stört eher. Finde ich. Wir sind alt. Ich doch auch, ne? Mensch ins Kinders, ne? Komm mal, 30 Jahre alt schon, der Terste, ne? Ach, nee, scheiße. Okay, wir dürfen nicht vergessen, Basu ist eventuell auch selber eine Ninja. Ähm, aber prinzipiell klang ihre Story dann doch relativ plausibel, ne? Lumenti. Also, Vlesk hat mehrfach betont, dass Lumenti auf jeden Fall nicht der Ninja ist. Das ist ja schon ein bisschen komisch, ne? Aber man muss auch dazu sagen, Vlesk erzählt im ersten Meeting meistens auch, äh, Humbug. Alter, Gott sei Dank. Und er findet irgendwelche Rollen. Also, ich mag ja Katzenfutter sehr gerne. 29 plus. Wollte ich nur einfach, falls jemand eine Geschenkidee braucht. Oh. Ja, Katzenfutter, okay, verstehe. Ich schreibe es auf die Liste. Hallo, Philabies, grüß dich. Ich bin auf jeden Fall nicht Time Master, das kann ich euch sagen. Äh, ich hab Vleskillen sehen im Nikon. Ja, dann kannst du aber keinen Ninja geben, weil dann haben wir ja offensichtlich Morphling. Das ergibt Sinn. Der Ninja ist auf jeden Fall drin, ne? Was? Ja, ich steh gerade mit Opa Bart. Habtest du den Ninja überhaupt schon? Nee. Der ist schon draußen, ja. Der ist draußen. Linda, sag nochmal bitte, was du gesehen hast. Genau, was du gesehen hast. Ähm, ich stand vor Dikon, die Tür ging auf. Ich hab dich und Feine Katze in Dikon gesehen. Du hast Tim mit umgelegt und bist dann in den Wind gesprungen. Würde ich Tim mit umgelegen? Ey, das ist ja, das hat ja alles gesehen. Wie ist denn das passiert? Ja, Feine Katze steht immer auch daneben, aber vielleicht ist ja Lava mitgebläst. Aber Feine Katze hat auch ne Blindenbrille auf, also vielleicht hat er nix gesehen. Ein einfach ne, was ist das so cool? Ich hab einfach nur keine meiner Größe gefunden und dachte mir, als Zielmittel geht das. Achso. Ja, okay. Also, ich bin weder Lava noch irgendwas anderes. Ich hab da eine Leiche gesehen. Ich muss jetzt aus Respekt. Ja, also. Aus Respekt für meinen Imposter-Kollegen muss ich jetzt, bevor ich selber fliege, leider noch den hier machen. Achso, und es gibt ja auch gar keinen Morphling, weil es ja Ninja gibt. Alter, was? Dann mach ich mal den. Ja. Okay. Ich war leider ein bisschen zu langsam, Scheiße. Ich hab Les killen sehen in Dekontamination. Ich hab's auch gesehen. Ich bin das grad nicht. Oh mein Gott. Okay, gut, schön, dass wir drüber gehen. Ich glaub, Les hat in Dekontamination gekillt, though. Ja, und faszinierenderweise hat Baso aber wirklich gut zugeguckt in dem Moment. Ja, aber Moment, aber Baso wurde der gekillt, der erste ist nice. Wir hätten schon fast den Sack zumachen können. Ja, also ich kann euch sagen, dass Dalo auf jeden Fall ein sehr ausgieblich einer Mensch ist. Ich hab eine sehr intensive Sitzung mit ihm hinter mir gehabt, wo ich so ein bisschen über seine Kindheit geredet habe. Das hab ich gesehen. Also, um ein Zeichen zu setzen, drück ich jetzt, äh, sag ich noch nicht. Votet erst. Okay. Items, zwei Stimmen rein. Nee, ich skippe. Ich hab geskippt. Ja, wir haben echt sieben Wouts, ne? Dann gess ich dich gleich mal. Ja, aber ich bin Meier. Dann gess ich dich gleich mal. Äh, scheiße, ich war leider ein bisschen zu langsam, ey. Fuck. Ich wusste nicht direkt, wo der Evil Gesser ist. So, ja, okay, okay. Also, ich bin jetzt natürlich jetzt wahrscheinlich nicht mehr lange am Leben, weil es klar ist, ich bin nice gestern. Ähm. Ich lebe also jetzt prinzipiell sehr gefährlich. Schade, das ärgert mich ein bisschen, dass ich Baso nicht noch retten konnte. So, warte mal. Warum wusste er, aber warum wusste er die Rollen von den beiden? Oh, Mann. Oh, Mann. Nein. Er hat dich in der Sitzung angezündet. Ich war, ich war halt, ne? Ich hab ja nicht nur eure Portemonnaies zum Brennen gebracht. Ich wollte gerade sagen, du bist safe arsonist. Es war schön. Die letzte Frage an Herrn Feinekatze war, wie sich das anfühlt. Ob man überhaupt das Gefühl hat, dass man die Züge seines Lebens selbst in der Hand hat, wenn man permanent von einer Katze gesteuert wird. Aber die Antwort darauf habe ich leider nicht mehr bekommen. Sorry, Jeff. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.